Die Hoffnung, die wir noch vor ein paar Jahren hatten, dass unter Papst Franziskus alles besser wird, die hat sich nicht erfüllt. Kann es dann also sein, dass die Kirche, wenn man es mal so nimmt, im 20. Jahrhundert bergab gegangen ist? Kann man das so sagen? Absolut. Hi, mein Name ist Nico. Willkommen zu diesem Video. Ihr merkt, ich bin ein bisschen... Ihr könnt es gar nicht merken, ich habe gerade angefangen. Ich bin ein bisschen nervös. Ich rede heute ein Video, das eine Fortsetzung ist zu einem Video, das ich schon mal gedreht habe. Ich habe vor ein paar Wochen mit dem Pfarrer Wolfgang Grote gesprochen, über Homosexualität, Schule in der Kirche, LGBT vs. Kirche, Kirche. Da kamen verblüffende und krasse Antworten zustande. Da das Video ein paar gesehen haben, kamen andere Fragen auf, die wir heute beantworten wollen. Ich habe gemerkt, oder auch der Pfarrer hat gemerkt, dass wir das recht oberflächlich behandelt haben, alles. Weil natürlich, wir können ja nicht drei Stunden lang hocken und quatschen, das hätte den Rahmen gesprengt. Und ich wollte so viel wie möglich reinbringen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich einen Teil 2 drehen werde. Und heute werden wir das Ganze ein bisschen vertiefen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, nach Fragen, die ich dem Pfarrer stellen kann. Wenn ihr auch Teil eines Videos werden wollt, folgt mir gerne auf Instagram. Da findet ihr immer die neuesten News. Und da bin ich auch sehr aktiv und schreibt bei euch alles Mögliche. Heute werde ich dem Pfarrer weitere Fragen stellen. Ich werde den Fragen, was es denn für Feedback gab aus dem inneren Pfarrer-Pfarrerinnenkreis. Denn das weiß ich alles nicht. Denn das Video hat echt die Runde gemacht. Es haben auch einige katholische Magazine darüber berichtet, was mich sehr gefreut hat. Denn das hat echt ein Zeichen gesetzt, finde ich. Ich habe viele tolle Fragen von euch bekommen. Und wir werden auch Fragen eingehen, die ich so noch gar nicht gestellt habe. Warum ich dieses Video drehe, habe ich euch schon in meinem anderen Video erklärt zu diesem Thema. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Ich habe mich von meinem besten Freund damals vor drei Jahren geoutet. Er hat daraufhin die Freundschaft gecancelt, weil er das nicht ertragen konnte, dass ich schwul bin. Weil er so erzogen wurde, dass Schwule in die Hölle kommen und konnte dementsprechend nicht mit mir befreundet sein. Ja, ich bin komischerweise voll nervös. Ich war bis vor drei Minuten überhaupt nicht nervös. Und das gerne ein Abo, da würde mich sehr freuen. Schreibt gerne weitere Fragen in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wen ich als nächstes unangenehme Fragen stellen soll. Die Social-Media-Kanäle von Herrn Pfarrer Rote sind auch in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, ich rufe ihn jetzt mal an und dann quatschen wir eine Runde. Äh, let's go. Ja, das war mir, dass du wieder da bist. War ja doch, haben wir doch ein paar Leute gesehen in dem letzten Video, ne? Kann man sagen, ja. Ja, mich interessiert brennend, wie denn so Kollegen bei dir jetzt auch reagiert haben. Also ich weiß ja, was mein Echo war, aber ich weiß ja nicht gerade, was deinen Kreis betrifft, was denn so das Echo war zu diesem Thema. Also ich war erstmal total geflasht, was dieses Video überhaupt an Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei über 200.000 Aufrufen, bei 16.000 Likes und fast 4.000 Kommentaren, wenn ich mich nicht täusche. Also die Aufmerksamkeit war wirklich gewaltig und was mich so wirklich sehr bewegt und berührt hat und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, wie positiv das Echo war. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst um dich, Nico, dass du dir da einen Priester in deinen Kanal reinholst und dafür vielleicht einen totalen Shitstorm erntest. Es war genau das Gegenteil und wie gesagt, es hat mich absolut überrascht, denn ich hätte nie gedacht, dass gerade in der queeren Community nach wie vor so viele junge Menschen sind, die sich erstens mal überhaupt für das interessieren, was jemand von der Kirche von sich gibt, nach all den Jahren und Jahrzehnten an Diskriminierung, die sie von Seiten der Kirche erfahren haben. Und zum anderen, und das ist die Kehrseite des Ganzen, dass sich nach wie vor viele Menschen, auch junge Menschen, von der unmenschlichen, unsäglichen kirchlichen Sexualmoral verletzen lassen. Und ich muss gestehen, das hat mich wahnsinnig wütend gemacht und ich möchte euch, die ihr jetzt vielleicht auch dieses Video sieht, erstmal herzlich Dankeschön sagen für euer Interesse. Und ich möchte euch zugleich, ich bin ja ein Teil der Kirche, wenn auch nicht die Kirche, aber ein Teil der Kirche, ich möchte euch wirklich um Verzeihung bitten für all das, was die Kirche mit ihrer unsäglichen Sexualmoral euch antut. Es tut mir ehrlich von Herzen leid, was ihr durch diese Sexualmoral, die eigentlich keine Moral ist, sondern das Gegenteil von Moral, was ihr dadurch ertragen müsst. Das hast du aber schön gesagt. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass du gesagt hast, dass die Kirche sich wandelt, zwar sehr langsam, aber sie wandelt sich. Eine gleiche Frage vorweg, ist die Kirche nicht schon viel zu festgefahren, um ihr Vertrauen und Ruf wiederherzustellen? Das war eine Frage aus der Gruppe. Ich befürchte, diese Frage ist zumindest nicht ganz unberechtigt. Ich hatte, habe ich ja gerade schon gesagt, damit gerechnet, dass möglicherweise sogar ein Shitstorm losbricht, weil die Kirche eben so viel Vertrauen bereits verspielt hat. Und ich habe gesagt, offenbar gibt es doch noch eine ganze Menge Menschen, die zumindest noch so eine Resthoffnung haben, dass sich die Kirche doch noch bewegt, dass sie doch noch ihrem eigentlichen Ideal, das ja auf Liebe, Nächstenliebe hin ausgerichtet wäre, dass sie diesem Ideal wieder gerecht wird. Gab es dahingehend eigentlich auch Feedback von Kollegen von dir oder gab es jetzt letztendlich nur diese Zeitschriften, die darauf reagiert haben? Ich muss ehrlich sagen, von Kollegen, also von Priestern oder anderen Seelsorgern, habe ich so gut wie überhaupt kein Feedback bekommen. Ich habe hintenherum gehört, dass sich manche aufgeregt haben. Verstehe. Freut mich. Darf ruhig so sein. Denn diejenigen, die sich aufregen, die haben allen Grund dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber wie gesagt, ein wirkliches Feedback hat es nicht gegeben. Wohl aber aus deiner Community und wie gesagt, es hat mich unsäglich gefreut. Das stimmt, das stimmt. Was mich interessiert, was so eine tolle Frage war, als ich noch in der Kirche war, habe ich mich aufgefragt, was wäre denn jetzt, wenn ich in den Beichtstuhl gehe und sage, Herr Pfarrer XY, ich bin schwul. Als in den Beichtstuhl. Beichten oft Leute über Homosexualität? Ja, das ist die Frage. Also ich habe das in ganz, ganz wenigen Fällen erlebt. Diejenigen, die sich Gott sei Dank zu ihrer Homosexualität bekennen und dementsprechend leben, die gehen einfach normalerweise nicht mehr in den Beichtstuhl zur Beichte, weil sie eben dort genau wissen, was sie erwartet oder was sie möglicherweise erwartet. Nämlich, dass sie dort einem Geistlichen begegnet, der ihnen mit Hölle droht und sie versucht, von ihrer Lebensweise abzubringen. Ich hoffe, dass wir auf der einen Seite das Verständnis von Beichte wieder einfach als einen Moment des Auftankens, als einen Moment, an dem man mal auch wirklich sein Innerstes herauskehren kann und sich wirklich mal aussprechen kann, dass wir das wiedergewinnen. Aber Voraussetzung dafür wäre eben, dass wir das verspielte Vertrauen zurückgewinnen und zum anderen, dass Menschen Beichte jetzt nicht so sehr als einen Ort betrachten, wo man unbedingt nur über Sünde spricht. Also Gott interessiert sich genauso gut auch für das, was uns Menschen gut tut, was uns Freude macht, was uns am Leben erhält. Und all das gehört auch mit in eine Beichte hinein. Ja, das stimmt. Wie kannst du dir denn vorstellen, dass die Kirche das Vertrauen zurückgewinnen könnte? Der erste Schritt dafür wäre natürlich, dass man diese unsägliche, unmenschliche Sexualmoral, die momentan die allgemein offizielle Lehrmeinung der Kirche ist, dass man die einfach mal auf den Prüfstand stellt und wissenschaftliche Erkenntnisse über Homosexualität oder überhaupt über die verschiedenen queren Lebensweisen, dass man das einfach mal akzeptiert und rezipiert. Und da ist noch ein weiter Weg zu beschreiten. Momentan ist es ja einfach so, dass man sich immer wieder in die alten, gleichen, immer wiederholten Äußerungen hineinflüchtet, um nur nicht zugeben zu müssen, dass man sich im Bereich der Sexualmoral eigentlich komplett in der Kirche verrannt hat. Und leider muss man auch dazu sagen, die Hoffnung, die wir noch vor ein paar Jahren hatten, dass unter Papst Franziskus alles besser wird, die hat sich nicht erfüllt. Denn erst vor ein paar Wochen hat der Papst ein Dokument herausgebracht, wo der Segen für gleichgeschlechtliche Paare ausdrücklich verboten wird. Jetzt im Nachhinein gab es dann so ein paar Äußerungen hintenherum aus dem Vatikan, dass der Papst das vielleicht gar nicht so mitbekommen hatte, dass das an ihm vorbeigeschleust wurde, dass man da entgegen seinem Willen gehandelt hat. Aber wenn das tatsächlich so wäre, dann hätte der Papst die verdammte Pflicht, das richtigzustellen und zwar öffentlich und seinen Laden in Ordnung zu bringen. Die Leute, die ihn so hinters Licht führen, auszuwechseln. Denn, Entschuldigung, das ist sein Job. Das stimmt. Aber wie kann das denn sein? Also ich als Laie sage das, also der Papst an sich ist ja das Oberhaupt der Kirche. Wie kann man denn Gesetze, was die Kirche betrifft, hinter dem Rücken des Papstes festlegen? Wie geht das denn? Wie kann das denn sein? Wie das gelaufen sein soll, weiß ich nicht. Möglicherweise hat man das einfach dem Papst in einer Audienz vorgelegt und gesagt, wir hätten da was, ist das in Ordnung? Und der Papst hat es vielleicht gar nicht gelesen, aber das ist reine Spekulation. Wir wissen es nicht. Fakt ist, unter diesem Dokument steht, der Papst hat es zur Kenntnis genommen, der Papst hat die Veröffentlichung gut geheißen und damit steht er voll in der Verantwortung. Stimmt. Wenn du darüber redest, riskierst du dann deinen Job? Weil ich glaube nicht, dass die Kirche das so gut heißt, wenn du darüber redest, dass die Kirche eigentlich an sich Fehler macht, was Falsches macht. Das ist wieder etwas, wo man Papst Franziskus dankbar sein muss, denn das Klima in der Kirche, das hat sich schon in den letzten Jahren ziemlich verändert. Also vor zehn Jahren, beschweige denn vor 20 Jahren, wäre ich meinen Job mit solchen Äußerungen mit Sicherheit losgeworden. Oder hätte mich zumindest rechtfertigen müssen oder wäre sanktioniert worden. Inzwischen kann man in der Kirche relativ offen seine Meinung sagen. Und ich habe auch nach unserem ersten Video, toi toi toi, keinerlei Sanktionen oder negative Äußerungen von meinen Kirchenoberen bekommen. Ich bin sogar fast davon überzeugt, dass viele von denen, die in der Kirche Verantwortung tragen, eigentlich ganz gerne genauso reden würden. Ja, das denke ich auch. Also nächste Frage wäre von der Community, warum werden Frauen in der Kirche nach wie vor nicht als in höhere Ämter zugelassen? Warum ist das so? Also, das hat auch mit dieser Sexualmoral zu tun, dass Frauen keine Ämter in der Kirche einnehmen, vor allen Dingen eben keine Weiheämter. Das war immer schon so. Es gab also noch nie Priesterinnen in der katholischen Kirche. Aber das war einfach bis ins 20. Jahrhundert hinein Mainstream. Es war allgemein üblich, dass Frauen von öffentlichen Ämtern ferngehalten wurden. Also hat niemand diese Frage gestellt. Erst als dann die Gesellschaft einen glücklichen Wandel durchmacht hat und Frauen die gleichen Rechte wie Männern zugesprochen hat, angefangen vom Wahlrecht, vom passiven bis zum aktiven Wahlrecht, erst dann tauchte auch in der Kirche die Frage auf, können Frauen geweiht werden? Und man muss sich das mal wirklich vor Augen halten. Das erste Mal, dass die Kirche begründet hat, warum Frauen keine Weiheämter ausüben können, stammt von 1976. Das heißt, das ist eine sehr junge Lehre. Und wenn gerade Traditionalisten sagen, wir müssen diese traditionellen Lehren festhalten, dann machen sie sich damit letztlich lächerlich. Weil nichts weniger traditionell ist, als die Lehre vom Ausschluss der Frauen vom Weiheamt und übrigens auch die kirchliche Sexualmoral. Zum Beispiel die Diskriminierung von Homosexuellen wurde erstmals 1975 vom kirchlichen Lehramt formuliert. Also all das hat überhaupt keine Tradition und ich hoffe, dass wir es sehr bald auch schaffen, diese seitdem bestehende Tradition endgültig in die Vergangenheit zu verbannen. Ich denke, ich verweilte aus dem Fenster. Kann es dann also sein, dass die Kirche, wenn man es mal so nimmt, im 20. Jahrhundert bergab gegangen ist? Kann man das so sagen? Absolut. Also im 20. Jahrhundert sind einige Entwicklungen in Gang gekommen, die einen unglaublich schweren Ballast für die Kirche bedeuten, die ihr in der heutigen Zeit es erschweren, wenn nicht sogar verunmöglichen, ihre eigentliche Sendung, nämlich den Menschen das Leben zu erleichtern, den Menschen die frohe Botschaft von Gottes Nähe, die frohe Botschaft der Nächstenliebe nahezubringen, dass diese Lehren der Kirche ihren eigentlichen Auftrag erschweren, wenn nicht sogar verunmöglichen. Hm, okay. Was wäre denn jetzt angenommen, ich bin ein Priester und sage nach einem Jahr Amtszeit oder zwei, drei, vier Jahren, dass ich schwul bin? Was würde denn mit mir passieren als Priester? Es gibt solche Priester und es ist überhaupt nichts passiert. Ach so, okay. Und gesellschaftlich, also ich sag mal in dieser Pfarrerszene, wenn ich mal das so ausdrücken darf, würde ich denn ausgestoßen werden? Würde ich denn anerkannt werden? Was wäre dann? Wäre alles okay, oder? Ähm, das weiß ich nicht. Meine Meinung ist sowieso, ob jemand schwul ist oder nicht, sollte eigentlich heutzutage überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ja. Und insofern sollte das eigentlich auch kein Thema sein, ob ein Priester jetzt schwul ist oder nicht, ob er sich outet oder nicht. Wichtig ist, dass er seinen eigentlichen Auftrag gut erfüllt und dazu gehört meines Erachtens eben auch, dass er dort, wo die Kirche aufgrund ihrer Moral Menschen das Leben schwer macht, Menschen diskriminiert, dass man da als Priester auch sagt, Stopp, da mache ich nicht mit. Ja, das finde ich gut. Eine Frage, die ich super interessant fand, war, kommst du damit klar, dass die meisten deiner KollegInnen LGBT-feindlich sind? Kann man dann auch freiwillig Pfarrer sein? Ich komme nicht damit klar. Das muss ich ganz deutlich machen, ganz deutlich sagen. Tatsächlich ist es so, dass es vielleicht gar nicht mal die Mehrheit ist. Also es haben sich ja erst in den letzten Wochen immerhin 2600 Seelsorgerinnen und Seelsorger in ganz Deutschland bereit erklärt, zum Beispiel gegen das römische Verbot, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. 2600, das ist nicht wenig und es wären sicherlich noch mehr, aber in einigen Diözesen ist eben doch noch, weil die Bischöfe sehr konservativ, sehr streng sind, die Angst sehr groß, sich bei solchen Aktionen zu beteiligen. Fakt ist, es gibt nach wie vor solche Geistliche. Es gibt sie auch in meiner Nähe und es fällt mir unglaublich schwer, darum zu wissen und das hinzunehmen. Ich kann sie leider nicht ändern. Ich hoffe, dass sie anfangen, mal sich bewusst zu machen, wie schlimm das ist, was sie durch ihr Wirken anrichten, welche Verletzungen sie Menschen zufügen, wie sehr sie Menschen diskriminieren, damit sie vielleicht eines Tages darauf kommen, dass das mit der christlichen Botschaft eigentlich überhaupt nicht vereinbar ist. Okay. Wenn ich jetzt angenommen der LGBT-Plus-Community angehören würde, also gehöre und in Deutschland umziehen möchte oder Vorhaben umzuziehen, aber in die Kirche gehen möchte, kann man pauschal sagen, in welchen Gemeinden Pfarrer LGBTQ plus freundlich sind? Kann man das pauschal sagen? Das kann man zumindest sehr schnell herausfinden, wenn man sich dort in der Gemeinde mal ein wenig umschaut und umhört. Es gibt keine Liste, wo man jetzt nachschauen könnte, welche Gemeinde LGBT freundlich ist und welche nicht. Aber wie gesagt, man hat das sehr schnell raus. Denn diejenigen, die homophob sind oder die überhaupt eine strenge Sexualmoral vertreten, die haben normalerweise auch das Bedürfnis, das sehr laut und deutlich zu sagen. Und bisher ist es ja auch immer so, dass diese Leute in den Medien, in der öffentlichen Wahrnehmung eine viel stärkere Stimme haben als die anderen. Ich hoffe, dass sich das jetzt langsam ändert. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist ja allgemein bei der Presse so, Negativität ist immer viel stärker als das stimmt. Eine andere Frage war noch gewesen, mich würde interessieren, ob der Pfarrer an die Schöpfungsgeschichte an sich glaubt. Ganz andere Frage jetzt. Die Schöpfungsgeschichte, so wie sie in der Bibel beschrieben ist, ist sicherlich eine Erzählung, die jetzt keinen historischen Bericht darstellt. Also die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Wir müssen also die Erzählungen, vor allen Dingen die alttestamentlichen Erzählungen, nicht für eine bare Münze nehmen, dass sie tatsächlich so stattgefunden haben. Wir wissen ja heute aus der Wissenschaft, dass die Menschheit nicht mit Adam und Eva, mit zwei Personen, die plötzlich in die Weltgeschichte hineingeplumpst sind, begonnen hat, sondern dass es eine sehr lange Evolution war. Man kann natürlich immer davon ausgehen, und das tun wir Christen ja auch, dass Gott diese Evolution gesteuert hat. Dass Gottes Schöpfungswille eben auch über einen langen Zeitraum, Gott sitzt in der Ewigkeit, er hat viel Zeit, dass Gott diese Evolution eben herbeigeführt hat, dass er sie steuert und dass sie seinem Willen entspricht mit all ihrer Vielfalt, einschließlich aller queeren Identitäten und Lebensentwürfe. Okay. Wenn man es mal an einen Exkurs macht, wurde die Bibel ja damals in den Kreuzzügen auch dafür verwendet, um Hetze zu betreiben. Das ist eine Frage, was ja auch aus der Community wird, die Bibel nicht einfach nur von homophoben, Pfarrern und Komis braucht, um Hetze zu betreiben heutzutage, gegenüber Schwulen und Despen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz gute und ganz wichtige Frage. Ich sehe das ganz genauso. Wenn man aus der Bibel einzelne Texte herausbricht und sie aus ihrem ursprünglichen gesellschaftlichen, historischen Zusammenhang reißt und in einen ganz neuen, in fremden Zusammenhang stellt, nämlich in unser heutiges Verständnis von Homosexualität, dann verfälscht man diese Texte. Man missbraucht diese Texte, man missbraucht die Bibel und man missbraucht letztlich Gott. Das ist ungefähr so, als würde man eine Zeitung von 1985 aufschlagen und sagen, aha, da steht Helmut Kohl ist Bundeskanzler. Ja, damals stimmte das, aber heute stimmt es eben nicht mehr. Und so ist es eben auch mit den biblischen Texten, die man immer im Zusammenhang ihrer Zeit, im Zusammenhang der damaligen gesellschaftlichen Realität betrachten muss und nur so in unserer Zeit richtig verstehen muss. Und was zum Beispiel Homosexualität betrifft, als personelle Identität, als Lebensmodell, als Veranlagung, war das zu biblischen Zeiten überhaupt nicht bekannt. Und darum kann man in der Bibel auch keine Antworten auf solche Fragen finden. Okay, die letzte Frage ist noch von mir. Du meintest ja immer, dass manche noch die alte Lehrer eben lernen und eben sagen, dass Schwule eben nicht der Wille Gottes sind und so weiter und so fort. Oder kann man sich das dann so vorstellen, dass es alle paar Jahre so eine Art Fortbildung gibt für Priester und Co., um sich einfach ein bisschen noch den neuesten Stand zu bringen? Gibt es sowas überhaupt nicht? Oder wünschst du dir das, dass es sowas geben sollte? Oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es eine Lehre, die man von Anfang an gelehrt bekommt, das war es, wie so ein Führerschein? Oder gibt es da immer wieder mal so Fortbildungen? Als Priester muss man natürlich, bevor man geweiht wird, ein vollständiges Theologiestudium mit zehn Semestern absolvieren. Und es gibt auch immer wieder Fortbildungen für uns Geistliche. Die Frage ist natürlich immer, inwieweit jemand das, was er im Rahmen des Studiums oder im Rahmen so einer Fortbildung erfährt, auch tatsächlich wahrnimmt und in seine Verkündigung, in seinen Alltag umsetzt. Nach wie vor gibt es halt auch viele Menschen, die sich einfach weigern, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen, die einfach sagen, in der Bibel steht doch das und das, aber eben nicht verstehen, dass man die biblischen Texte in unserer Zeit ganz anders lesen muss, als man das damals getan hat. Aber kurze Frage, sollten dann nicht genau diese Menschen eigentlich nicht mehr lernen dürfen, wenn sie sich nicht auf die heutige Zeit eben einlassen können? Also meiner Meinung nach ja. Ja, selbstverständlich sollte ein Geistlicher, überhaupt jeder in einer verantwortlichen Position, in einer Position, in der man Menschen, in der man die Aufmerksamkeit von Menschen findet, aber eben dadurch auch Menschen sehr leicht verletzen kann, dass jemand, der nicht bereit ist, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse oder überhaupt die gesellschaftliche Realität anzuerkennen, dass so jemand in der Öffentlichkeit nicht mehr auftreten sollte. Hm, okay. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten ans Herz legen möchtest oder sagen möchtest oder loswerden würdest? Weil sonst wären wir an sich fertig. Ja, das Wichtigste habe ich am Anfang gesagt, ich möchte es gerne nochmal wiederholen, vielen Dank für alle Aufmerksamkeit, die unser erstes Video gefunden hat und ich hoffe, dass das beim zweiten Video auch wieder so ist. Ich bin wirklich sehr berührt über diese Rückmeldungen. Es tut mir einerseits gut, aber andererseits auch weh, dass so viele Menschen unter der Kirche und ihrer Lehre leiden und ich möchte euch versprechen, dass ich alles tun möchte, was in meiner Kraft steht, damit sich die Kirche hier zum Besseren entwickelt und ich bitte euch, helft mir dabei. Das ist schön gesagt. Dann vielen Dank, dass du da warst. Bleib noch kurz, sag ich mal kurz, das ist das Schlusswort noch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.